Auch wenn Steffen Baumgart nach den Spielen seines Stars gerne in Schutz nimmt und die Schuld bei sich sucht, er braucht jetzt Typen auf dem Platz, die endlich vorangehen und die anderen Spieler mitziehen. Aber davon hat der Coach seit dem Abgang von Alice Skiri und Jonas Hector leider nicht viele. Dieses Trio muss Köln aus der Krise führen. Florian Kainz, seit dieser Saison Kapitän. Aber mit der Binde ist der Österreicher irgendwie nicht mehr der Alte. Hat auch damit zu tun, dass er auf verschiedenen Positionen ran muss, auf dem linken Flügel machte er in der Vergangenheit seine besten Spiele. Jetzt ist er meist als Zehner gefordert, in Bremen musste er sogar als Sechser ran. Kainz ist weit weg von seiner Topform und muss sich schnell fangen, um seine Truppe auch mit Leistung anzuführen. Egal, wo ihn der Trainer hinstellt. Jeff Shabu, der Abwehrboss war letzte Saison absoluter Leistungsträger. Spitzname, Türsteher. Weil er kaum einen Zweikampf verlor und die Sturmstars der Liga teilweise zur Verzweiflung brachte. Doch zuletzt hatte auch er immer mal wieder Wackler in seinen Aktionen. Die muss er abstellen, Shabots Abgeklärtheit ist in der Krise gefragt. Schon Sonntag muss er mit Viktor Bonifes Bayerns Topstürmer kaltstellen. Deviselke, ein Kämpfer und Motivator, wie man ihn sich wünscht. Ständiger Unruheherd, der seinen Gegenspielern regelrecht auf die Nerven geht. Ich hau alles raus, damit meine Mannschaft gewinnt. Ich kämpfe mit allen Mitteln. Ob ich dann ein Bartboy bin oder nicht, ist mir egal, sagte er zuletzt im Bildinterview. Wenn Sie als Fan der Meinung sind, dass dieses Trio Köln aus der Krise führen soll, kommentieren Sie unten und liken Sie dieses Video.